Hallo Leute, hier ist dein englischer Mann, Warren Green. Ich bin heute in Halberstadt im Kietakolwitz-Gymnasium. Der 7c ist hinter mir und das ist das, was wir klasse übersetzt nennen. Naja, weil es schon der Anfang so angefangen hat. Er ist ja manchmal auch so wie unsere Englischlehrerin, Frau Ritter. Also lustig, interessant, sehr nett, aufgeschlossen. Und ja, den Text werden wir bestimmt richtig gut übersetzen können. Dass es mal was anderes ist als der Schulalltag und wenn ich mir die Gesichter angucke, ich glaube, da sehe ich eigentlich nur Freude und Begeisterung und Bestätigung. Und auch mal zu sehen, dass Unterricht so sein kann und nicht nur das Normale mit Lehrbuch und Workbook. ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 So, das war Klasse übersetzt aus der Käthe-Kollwitz-Gymnasium hier in Halbestadt. Und wenn ihr wollt, dass ich zu euch in die Schule komme und ihr siebte, achte, neunte, zehnte Klassezeit, dann bewirbt euch bei uns im Netz auf radiosrw.de oder schickt uns einfach eine E-Mail info at radiosrw.de.